Moment, wie konnte ich sie so schnell küssen? Um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und genau zu verstehen, welche Abläufe dafür vonnöten waren, schau dir dieses Video unbedingt bis zum Schluss an. Denn dann zeige ich dir das ganze Video noch einmal und erkläre sogar ganz genau, was an welcher Stelle passiert ist, damit du genau die Dynamiken dahinter verstehst und es zu Hause in deinem Alltag nachmachen kannst. Drei Regeln solltest du für so etwas beachten. Und die erste Regel ist schon mal der Erfahrungswert. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Tausenden von Frauen ich mittlerweile schon angesprochen habe, aber das ist mittlerweile einfach ein Erfahrungswert gewesen und ich habe bei dieser Frau einfach erkannt an ihren offenen Augen, die Begeisterung, dieser sehnsüchtige, erwartungsvolle Blick. Diese Frau ist offen für ein Abenteuer, diese Frau wartet lediglich darauf, dass ein Mann in ihr Leben kommt oder vielleicht auch eine andere Frau und sie von ihren Füßen schwebt. Sagt man das so, weil man den Teppich unter ihren Füßen wegzieht. Die zweite Regel ist ein dominantes Auftreten. Und damit meine ich nicht, dass du andere dominieren musst, dass du immer der Boss sein musst oder andere fertig machst oder niedermachst. All das ist Schwachsinn. Es gibt da zwar manche Irrglauben, die behaupten, du müsstest das sein, um erfolgreich Frauen verführen zu können, aber ich kann dir sagen, damit hast du nicht viel Erfolg. Das, was wichtig ist, ist, dass Menschen erkennen können, dass du diese Eigenschaft hast, dass du theoretisch, wenn es darauf ankommt, wenn die Situation sich ergibt, du auch dominant sein könntest, dass du dieses Potenzial hast. Das bedeutet ein dominantes Auftreten zu haben. Und da kommen wir auch direkt zum eigentlichen Kern der Sache. Ein dominantes Auftreten zu haben bedeutet, dass du Chancen als solche erkennen kannst und diese nutzt. In diesem Fall habe ich diese Chance, ihre offenen Augen sofort erkannt und habe sie genutzt. Das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit drauf los und immer mehr Druck, Druck, Druck ausüben muss. Vollkommener Quatsch. Aber was wichtig ist, ich habe eine Chance erkannt und diese dann genutzt. Und dieses Potenzial, diese Eigenschaft, dieses dominante Auftreten, diese Eigenschaft der Dominanz, die hast du auch. Die hat jeder von uns. Jeder von uns hat das Potenzial, wenn es darauf ankommt, das Richtige zu tun. Und die dritte Regel ist absolut Gold wert. Ich habe das nämlich vor einigen Jahren selber erkannt, dass du, wenn du auf einem Kanal kommunizierst, und mit Kanal meine ich diesem verbalen Kanal zum Beispiel, wenn du also mit jemandem sprichst, dann kannst du auf einem anderen Kanal, wie zum Beispiel mit deinen Händen, dem Tastsinn ebenfalls kommunizieren. Und derjenige oder diejenige wird es gar nicht so mitbekommen. Und das ist eine sehr angenehme Art, zum Beispiel berührt zu werden. Wenn du dir vorstellst, wie komisch das sein muss, wenn ich dich einfach nur anstarre und dann über dein Gesicht streiche, dann ist das ziemlich weird, oder? Aber ganz anders ist es, wenn ich dabei rede und wenn ich rede und rede und sage, ach, du hast da was, okay, jetzt ist es weg. Und du hast es gar nicht wirklich mitbekommen, weil ich dabei gesprochen habe. Wenn du auf einem Kanal kommunizierst, kannst du in jeder sozialen Interaktion in einem normalen Rahmen alles Mögliche auf einem anderen Kanal machen. Und dein Gegenüber wird es als normal empfinden. Und das habe ich hier zum Beispiel ganz genau gemacht. Das siehst du an mehreren Beispielen, als ich ihre Hände genommen habe. Das größte Beispiel ist natürlich gleich am Anfang, wenn ich, während ich auf sie zugehe, meine Hände ausstrecke und ihr währenddessen sage, hi. Und dieses gleichzeitige Kommunizieren auf zwei Kanälen hat mir erlaubt, sie in diesem Moment dann auch zu küssen. Es wäre ganz anders verlaufen, wenn ich einfach nur auf sie zugegangen wäre und meine Hände ausgestreckt hätte. Und es wäre auch anders verlaufen, wenn ich einfach nur auf sie zugegangen wäre und hi gesagt hätte. Es macht diese Kombination der beiden Kommunikationsformen aus, der beiden Kanäle, diese Kombination macht es möglich, dass du auch so schnell jemanden küssen kannst. Und es hilft dir auch im Date bei tausend anderen Sachen. Wenn du diesbezüglich mehr wissen möchtest, dann solltest du jetzt hier oben auf das i klicken. Hey! Hey! You! You! Yes. Ja... Ja... Haha... 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 Ich stehe! Komm mit mir, komm mit mir! Komm mit mir jetzt! Haha... Was ist dein Name? Ja, ich bin Emily. Emily. Ja. Emily, ich liebe dich. Das ist sehr süß, aber ich glaube, dass du vielleicht etwas unabhängig oder unabhängig bist. Ich bin eigentlich nicht. Really? Ja. Und du hast mich gebeten? Nein... Nein... Nein, eigentlich nicht. Nein, ich glaube, ich glaube nicht. Me neither, no. Where are you from? Canada. Canada? Yeah. But your accent is not Canadian. It is very Canadian. That's hurtful. That's hurtful? Yeah. We don't say Unaboo. I really, I really have got to... Bye bye. Bye bye.